Hi Leute, heute gibt es wieder ein bisschen Technik. Genauer schauen wir uns den Führernhaken in der Basisausführung an. Also wir kümmern uns um die Drei. Die Drei ist zusammen mit dem James der vielleicht variabelste Schlag in eurem Repertoire. Und zusammen mit der Schlagergrade ist es garantiert einer der wichtigsten Schläge. Mitten ist die Drei einer der wichtigsten Schläge um die Deckung des Partners umzukommen. Wenn 1 und 2 die Deckung des Partners nach vorne schließen, eröffnen uns die Drei den Zugang um die Deckung rum. In der Basisausführung, die wir uns heute kümmern, ist die Drei ein langer Schlag. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Drei in der Basisausführung ist immer auf die Zwei gezogen und umgekehrt. Nach der Schlagergrade haben wir einen natürlichen Auftakt auf die Drei. So, ich habe euch heute sieben Punkte zusammengetragen, anhand derer ihr eure Drei etwas trainieren könnt. Punkt 1 ist, was ich schon gesagt habe, wir wollen heute einen Langenschlag machen. Das heißt, der Winkel in eurem Arm ist 90 Grad oder länger. Trainiert nicht die Drei in so einer zusammengepressten Ausführung, wo der Winkel kürzer ist als 90 Grad. Diese Distanz, das wäre fast jedenfalls die Mitteldistanz, die gibt es natürlich auch. Aber da müsst ihr ganz einfach verstehen. Wenn wir in unserer normalen Langdistanz stehen und der Arm 90 Grad oder länger ist, ist die Drei ein sehr langer Schlag. Punkt 2 betrifft die Schlagebene und den Schlagkorridor. Die Schlagebene ist die Ebene, auf der eure Hände stehen, wenn ihr in der normalen Deckung seid. Ganz wichtiger Punkt hierbei, und das sehe ich sehr oft falsch bei uns im Gymnie ausgeführt, ist, dass Leute die Hand beim Schlag unter die Schlagebene fallen lassen. Das gilt vor allem für Haken. Also, ihr dürft die Hand nicht unter die Schlagebene fallen lassen, und zum Zweiten, nachdem ihr getroffen habt, darf die Hand auch nicht unter die Schlagebene sinken. Haltet die Hand die ganze Zeit auf der Schlagebene um. Und dann der Schlagkorridor, auch ganz einfach, der Schlagkorridor ist der Schlag, in dem eure Schläge starten und dann zum Ziel geführt werden. Und hier darf eure Hand nicht ausbrechen. Ihr wollt kein, wenn ihr die Drei schlagt, wollt ihr nicht die Hand seitlich vom Kinn wegführen. Die Drei startet im Prinzip in dieser Basisausführung, die wir heute besprechen wollen, wie ein Jack. Die Drei gehen gerade nach vorne. So, der Hakenaspekt kommt dann über die Rotation der Hüfte. Und das ist unser Punkt Drei. Also, die Kraft der Drei und auch der Winkel kommt aus der Hüfte. Ich starte den Schlag wie ein Jack und dann rotiere ich die Hüfte. Dafür muss ich die Ferse ausdrehen und das Knie nach innen. Und so geht der Schlag um die Deckung herum. Wenn ich die Ferse, ein weiter wichtiger Punkt, wenn ich die Ferse jetzt drehe, hier, berührt die rechte Ferse in den Boden. So, und das ist dann das, was ich vorhin schon angedrückt habe. Ich spanne sozusagen die hintere Ferse auf und löse damit die Zwei aus. Ja? Oder ich löse damit einfach nur den schnellen Rückzug der Hüfte aus. Ja? Rotation, Ferse heben und hier, Ferse senken. Und dann Gegenrotation ist für eine saubere Ausdruck der Drei sehr, sehr wichtig. Punkt 4. Wenn die Hüfte rotiert, die Kraft muss übertragen werden und das geht nur über die Schulter. Wir haben hierzu schon mal ein Video gemacht, das nennt sich Schultersnap. Schaut euch das bitte mal an, falls ihr das nicht gesehen habt. Ganz wichtiges Video. Die Kraft der Hüfte wird in die Schulter übertragen und die Schultersnap nach vorne. Rührt die Kinnspitze. Dadurch habe ich die Kraftübertragung. Dadurch habe ich auch die Deckung. Und auch ein wichtiger Punkt, dadurch kriegt mein Schlag auch Längen. Ja? Punkt 5. Rückführung der Hand. Habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ein Problem oft beim Haken ist, vor allem bei der Drei ist, dass der Schlag zu der Ecke getragen wird. Und dann, Männer, bis es noch fällt. Das darf nicht sein. Ja? Sobald ihr, die starke Schlag soll eben, komm wieder bleiben. Sobald ihr getroffen habt, nicht weiterziehen, sondern mit der Hüfte wieder zurück in die Mitte. Ja, da habt ihr Video. Eins, zwei. Zum Zweiten, ihr wollt nicht die Hand so hochführen. Ja? Sondern wir wollen, wenn ihr geschlagen habt, möglichst schnell zum Kinn zurück. Ja? Und zum Dritten, ihr wollt nicht schlagen und so wieder rausgehen. Ja? Das sehe ich auch super oft. Ja? Ihr schlagen, habt getroffen und dann geht die Hand im Zusammenspiel mit der Rotation gerade zum Kinn zurück. Okay. Weiterer, sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Gewichtsverleihung der Drei. Das ist im Prinzip alles nur noch zusammenfassend von den Punkten, die alle schon genannt haben. Wenn die Hüfte mutiert, soll euer Oberkörper in den Schlag reinigen. Also ihr wollt nicht so schlagen, ja? Das wäre ein Checko, klingt jetzt auch, das ist ein kompliziertes Schlag. Ja? Wir kümmern uns heute um die Bars-Ausführung. Ihr wollt immer den Zug, ihr wollt immer mit eurem Gewicht in den Schlag rein. Dadurch habt ihr den natürlichen Aufzug in das hintere Bein. Dadurch habt ihr dann die Zwei oder die Sechs oder auch die Vier. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich, ihr kriegt euer Körpergewicht richtig in den Schlag. Diese Gewichtsverleihung könnt ihr auf drei Arten machen. Einmal im Start, dann mit Schritt im Pass, also nach vorne, mein Gewicht fällt ein. Oder mit Schritt im Kreuz, auf dem rechten Fuß, wo mein Gewicht fällt nach vorne. Das ist ganz egal, was ich mache, okay? Mein Gewicht fällt auf die rechte Seite. Wenn man einen Führenhaken, bei meinem linken Haken fällt das Gewicht auf die Führenhaken. Letzter Punkt. Nicht ganz wichtig, aber der habe ich jetzt noch gefragt. Handhaltung. Schlage ich die drei so, sozusagen mit Daumen oben, oder so. Amerikanisch, Europäisch, beides geht. Einfache Antworten, beides geht. Beides hat Vor- und Abteile. Ich sage mal so, viele sagen, wenn man so trifft, trifft die Faust. Plan, und ihr schützt ein bisschen euren kleinen Finger. Wenn ihr so trifft, vor allem mit dünnen Handschuhen, ist die Gefahr, dass der kleine Finger exponiert ist. Ja, ist was dran, aber das sind Kleinigkeiten. Das muss man individuell ein bisschen schauen. Trainiert beides, versucht beides. Manche Schlagen mit der einen, Handhaltung besser, und manche mit der anderen. Gut. So, das war's. Trainierte drei. Wie gesagt, orientier dich an den sieben Punkten. Wirklich ein sehr, sehr wichtiges Schlag. Und wir sehen uns bald zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.